Eine der traditionsreichsten Zigarrenfabriken Europas steht hier im angauischen Reinfelden. Die allerfeinsten Tabak-Sorte von Habana bis Brasilien ergibt ein Duft-Kabinett der besonderen Art. Fuhrmann Sigars, ein Familienbetrieb, der bereits in der 5. Generation nach höchsten Ansprüchen der Tabak-Geniesser verwöhnt. Bei den EHA produzieren wir ausnehmlich Hunde mit 100% naturreinen Tabak. Das heisst, wir verzichten auf jegliche Hilfsmittel wie Folietabak oder Aromastoff usw. Wir sagen immer noch, es ist Tabak pur und so soll das auch bleiben. Wir bekommen Rohstoffe über und tun den einfach so, wie wir ihn überverarbeiten. Der Fuhrmann Grundsatz, 100% naturrein, die Voraussetzung für unvergleichliche Qualität in der Schweizer Zigarrenfabrikation. Und das seit über 125 Jahren. Fuhrmann verwöhnt den Geniesser mit einer breiten Palette von einfachen Stumpen über das Zigarillo bis zum handgetreiten Meisterstück. Die Musse der Wuxus – Zeit zu haben Untertitelung des ZDF, 2020